Wir bei der Pilkingen Austria haben uns schon vor fünf bis sechs Jahren nachhaltigen Themen verschrieben. Es startet alles mit unserer Fassade in Bischofshofen, wo wir 2020 gebäudeintegrierte Photovoltaik erstmals verbaut haben. Mittlerweile haben wir ein breites Produktportfolio und können unterschiedliche integrierte Photovoltaik-Lösungen für die Gebäude anbieten. Das ist ein transluzentes Glas mit Photovoltaik, was man im Terrassenbereich, im Überkopfbereich einsetzen kann. Hier haben wir ein integriertes Photovoltaik-Modul mit vollflächiger schwarzer Emulierung, blickdicht für die Fassade verwendbar. Was wir auch machen können, ist kundenspezifische Bedruckungen am Glas, sodass der Designarchitekt seine individuellen Wünsche umsetzen kann. agrunde wird die Vielen Dank.